Kunststoffölwannen haben spezielle Ölablassschrauben mit speziellen Profilen. Und um diese zu öffnen und zu schließen, haben wir einen speziellen Satz. Der Satz umfasst sechs verschiedene Profile, wie sie in der VAG-Gruppe, bei Porsche, bei BMW, bei Citroën, Peugeot und auch zum Beispiel Ford vorkommen. Als Antrieb dient der T-Griff, der aber auch zeitgleich ein Werkzeug für eine spezielle Ölablassschraube ist. Es kann aber auch anstelle des T-Griffs eine 17er Stecknuss bzw. ein 17er Ringmaulschlüssel verwendet werden. Die Spezialprofile sind notwendig, da mit normalem herkömmlichen Werkzeug eine sichere Montage und Demontage dieser Ölablassschrauben nicht gegeben ist. Die Spezialprofile Die Spezialprofile Die Spezialprofile Die Spezialprofile Die Spezialprofile Die Spezialprofile Die Spezialprofile